Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schon versprochen gibt es nach den Egmont auch die Carlson Lizenzen und dazu sehen wir uns gleich wieder. Bei Carlson wurden 15 neue Lizenzen angekündigt. Auch hier ist es so, dass es durchaus den ein oder anderen Einzelband oder Kurzreihen gibt. Es gibt auch zum Beispiel Game-Adaption und Neuauflagen. Alles, was man so nicht typisch unter Manga-Neu-Lizenzen verstehen würde. Was auch dazu führt, dass auch bei Carlson nicht so viele neue, länger laufende Serien angefangen haben. Weil Carlson allerdings aber auch noch sehr viele davon zur Zeit laufend hat. Und ebenfalls wie bei Egmont gibt es schon Lizenzen, die vor dem April starten. In dem Fall Mitte März zur LBM gibt es ein paar Titel. Und zwar als erstes wurde dafür angekündigt Samurai 8 Hachimaru-Den von Masashi Kishimoto und Akira Okubo. Den Titel habe ich euch vor kurzem schon mal in einer Manga-News-Folge vorgestellt. Als er im englischen Bereich lizenziert worden ist, ist die neue Serie vom Mangaka von Naruto. Natürlich ein Action-Adventure-Shounen. Der läuft bisher in zwei Bänden noch. Erscheint trotzdem. Die ersten beiden Bände erscheinen im Abstand von zwei Monaten für sieben Euro. Und der zarte, kranke Hachimaru ist ans Krankenbett gefesselt und hat aber trotzdem einen großen Traum. Er will Samurai werden. Deshalb bricht das Herz seines Vaters, der sich hingebungsvoll um seinen Sohn kümmert. So hat dieser nur ein Ziel. Er will eine Maschine konstruieren, die es seinem Sohn ermöglicht, endlich das Haus zu verlassen und die Welt zu erkunden. Und vielleicht sogar ein Samurai zu werden. Außerdem gibt es noch eine Neuauflage zum Titel Alpha Quadrat von Kamineo und Kamui. Ist ein Boys Love, der 14 Euro kosten wird. Also sozusagen, glaube ich, dann eine 2-in-1-Edition. Eine edle Neuausgabe mit bisher unveröffentlichten Zeichnungen und neuen Geschichten. Und es geht um das Leben eines Wehrwolfs. Das ist gar nicht einfach. Vor allem dann nicht, wenn man mit seinen eigenen Artgenossen eigentlich gar nichts zu tun haben will. Clive muss sich nach seinem Umzug in eine neue Stadt nicht nur mit einem ortsansässigen Rudel herumschlagen, sondern auch noch mit einer Begegnung, die nicht nur sein Leben auf den Kopf stellen wird. Denn im Wald trifft er auf Wehrwolf Quinn. Und Quinn besitzt zwei Merkmale, auf die Clive besonders extrem reagiert. Er ist männlich und ein sehr ausgeprägtes Alphatier. Was den Wolf in Clive in furiose Aufgeregtheit versetzt. Pünktlich zur LBM gibt es dann auch noch zwei Starterpacks zu Titeln. Und zwar zum einen zu The Heroic Legend of Arslan und zum anderen The Royal Tutor. Beide Starterpacks kosten je 7,50 Euro und umfassen wie immer die ersten beiden Bände. Dann sind wir regulär bei den neuen Lizenzen im Mai. Und da sind wir als erstes bei Blue Giant Supreme von Shinichi Ishizuka, ein Drama-Sanen. Seinen ist sowieso das Stichwort überhaupt, was man mit dem Karzenprogramm verbindet. Zum anderen noch Haustiere, aber dazu kommen wir noch später. Da er bisher in neun Bänden noch läuft, erscheint alle drei Monate für 8 Euro. Und ist das Sequel zu Blue Giant, das ebenfalls lizenziert wurde und in zehn Bänden abgeschlossen ist. Es ist aber hier so, dass der Starttermin für das eigentliche Prequel noch nicht bekannt ist. Der wird irgendwann wahrscheinlich in den nächsten Jahren starten. Hierzulande möchte Carlson allerdings mit der Nachfolge-Serie anfangen, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich lizenztechnisch ein bisschen besser vermarkten lässt, weil der Manga zu großen Teilen in Europa bzw. auch in Deutschland spielt. Und ganz grundlegend geht es darum, dass nachdem Dai Miyamoto in seinem Heimatland Japan seinen großen Traum, ein Blue Giant, des Jazz zu werden, erreicht hat, will er mit seiner Musik nun auch den Rest der Welt erobern. Allein bricht Dai nach Europa auf und landet zuerst in München. Er hat weder eine konkrete Anlaufstelle, noch spricht er Deutsch. Sein einziger Begleiter sind dabei sein Tenorsaxophon und sein unerschütterlicher Wille, der beste Saxophonspieler der Welt zu werden. Die erste Herausforderung besteht jedoch darin, einen Platz zum Üben zu finden. Kann Dai mit seiner besonderen Spielweise auch in Europa überzeugen? Dann sind wir außerdem im Mai noch bei Das Buch des Windes, sozusagen der halbjährlichen Neuerscheinung von Chiru Taniguchi-Manga. Von Chiru Taniguchi und Kan Furuyama, ein History-Adventure-Szenen in einem Band abgeschlossen für 16 Euro. Und es geht um das Japan des Jahres 1649. Nach zwei Jahrhunderten kriegerischer Auseinandersetzungen herrscht die Tokugawa-Dynastie friedlich, aber streng über das Land. Unter Festsetzung des Kaisers innerhalb der Stadtmauern Edos. Der Diebstahl eines geheimen Manuskripts heizt die Gemüter der Bevölkerung wieder an und führt Japan an die Grenze eines erneuten Bürgerkriegs. Um diesen zu verhindern, beauftragt das Shogunat den Samurai Yagyu mit der Suche nach dem Dokument. Dann startet außerdem noch My Roommate is a Cat von Tsunami Minatsuki und Asu Futatsuya, ein Dramedy-Shoujo-Manga, der bisher in fünf Bänden auch noch läuft, erscheint ebenfalls alle drei Monate für sieben Euro. Und es geht um den jungen Erfolgsautor Subaru, der hat sich nach dem plötzlichen Unfalltod seiner Eltern komplett aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen und leidet an seiner Trauer und einer Schreibblockade. Als ihm am Grab seiner Eltern eine kleine streunende Katze zuläuft, nimmt sein Leben wieder Fahrt auf, denn er muss nun hinaus in die Welt. Zumindest Katzenfutter besorgen. Online bestellen geht nicht, denn das Tier liegt schnurrend auf seinem Laptop. Also muss er shoppen gehen in die Tierhandlung, denn die Katze braucht außerdem noch ein paar andere Sachen. Dort arbeitet auch noch eine sehr nette junge Frau, die dem scheuen jungen Mann mit ihren freundlichen Ratschlägen zur Katzenhaltung das ein oder andere Mal erröten lässt. Abschließend kommt dann im Mai noch ein neuer Manga-Zeichenkurs, und zwar das Manga-Zeichenstudio Charmante Charaktere von Hikaru Hayashi und Tsubura Kadomaru für 20 Euro. Und in diesem Zeichenkurs geht es um einige sehr hilfreiche Schlüsselkonzepte des Charakterdesigns. Wie man charmante Figuren entwickelt, ihnen Persönlichkeit und Originalität einhaucht, Gesicht und Körperhaltung richtig in Szene setzt und vieles mehr. Dann sind wir auch schon im Juni, und zwar bei Arte von Kai Okubo. Ein historical Slice-of-Life-Drama-Szenen-Manga, der bisher in elf Bänden noch läuft, erscheint ebenfalls alle drei Monate im Großformat für 10 Euro. Und Arte ist eine junge Adlige, die im Florenz des 16. Jahrhunderts zur Geburtsstunde der Renaissance lebt. Eine junge Frau mit einem großen Traum. Sie möchte Malerin werden. Doch in diesem Jahrhundert ist das alles andere als normal, geschweige denn möglich für eine Frau von adeligem Stand. Maler zu werden ist allein Männern erlaubt. Doch Arte will das nicht akzeptieren und beginnt ihren Kampf gegen die Diskriminierung. Mit harter Arbeit und ihrer immer positiven Art. Dann erscheint außerdem die Adaption zur vierten Folge von Sherlock. Sherlock, ein Skandal in Belgravia von Jay, ist ein Krimi-Szenen. Der vierte Band, äh, die vierte Folge sozusagen, wird dabei in zwei Bänden adaptiert. Kostet wahrscheinlich wieder 12,99 Euro. Das stand zu dem Zeitpunkt, als ich das nachgeschaut habe, noch nicht fest. Könnte vielleicht auch ein bisschen weniger sein, wenn die Folge, dadurch, dass sie auf zwei Bände verteilt wird, ohnehin vielleicht die Bände ein bisschen dünner sind. Und wie gesagt, ist die Adaption zur vierten Folge. Und da geht es um die rätselhafte Irene Adler, die kompromittierende Fotos eines Mitglieds der englischen Königsfamilie besitzt. Und um noch eine ganze Menge andere Sachen. Also wenn ihr Freunde von der Sherlock-Adaption mit Benedict Cumberbatch seid, dann seid ihr hier sicherlich gut aufgehoben. Und dann gibt es als vorletztes im Monat noch eine Side-Story, beziehungsweise ein Spin-Off zum Titel Fairytale. Und zwar Happiest Adventure von Kenjiro Sakamoto und Hiromashima. Ein Adventure-Comedy-Shounen, der läuft bisher in vier Bänden noch. Erscheint ebenfalls alle drei Monate für sieben Euro. Und da geht es um die fliegende Katze Happy. Und die wird von Natsu getrennt und erlandet in einer Welt voller Tierwesen. Und dann ganz zum Schluss im Juni gibt es noch I Had The Same Dream Again von Yohu Sumino, der Autorin von Sakura I Want To Eat Your Pancreas. Und Idumi Kirihara, ebenfalls ein Drama-Sanen, der ist in drei Bänden abgeschlossen, erscheint ebenfalls alle drei Monate und kostet sieben Euro. Und es geht um das aufgeweckte Mädchen Nanoka, die beobachtet neugierig ihre Umwelt. Gleichaltige Freunde hat sie keine, aber allein ist sie nicht. Stets wird sie von einer kleinen schwarzen Katze begleitet, die sie einst verletzt im Gras fand. Gemeinsam besuchen die beiden ihre Freundinnen. Eine junge Frau, die erst am Abend zur Arbeit geht, eine alte Dame, die ihr den kleinen Prinzen und Tom Sawyer ans Herz legt und ein älteres Mädchen, das sich ritzt, aber genauso wie Nanoka auch versucht zu schreiben. All diese Frauen geben Nanoka Denkanstöße, denn sie soll ein Referat halten über das Thema Glück. Was bedeutet also Glück für wen? Dann sind wir schon angekommen im Juli und da startet als erstes Süße Katze Chi von Konami Kanatsu und Kinoko Natsme, ein Comedy-Sanen in vier Bänden abgeschlossen, für acht Euro. Der Manga kommt in einem größeren Format in der westlichen Leserichtung und ist vor Panel und ja, Chi ist zurück. Die berühmteste Katze der Manga- und Anime-Welt erlebt noch mehr süße Abenteuer. Und natürlich sind auch Familie Yamada und ihr bester Freund, der schwarze Kater, mit dabei. Der Manga besteht dabei aus einseitigen, farbig illustrierten Comic-Strips und gibt alles über das Leben der kleinen Katze wieder und ihre Art, die Welt zu entdecken. Und im Juli startet ebenfalls noch ein anderer Manga, der auch eine Adaption ist und zwar ist es The Snack World von Level 5 und Shot, ein Adventure-Shonen. Carlson gibt den Anhalts mit zwei Bänden abgeschlossen, bei Barka steht es ein bisschen anders, vielleicht teilen sie die Bände anders auf, deswegen möchte ich mich da mal nicht festlegen für sieben Euro. Und zwar ist das mal wieder eine Game-Adaption, wie im Fall von Splatoon und zwar hier zum Nintendo-Switch-Spiele-Hit von Level 5 Inc. Das ist wohl ein Fantasy-RPG, mit Games kenne ich mich also überhaupt nicht aus. Und im Sommer soll wohl zu dem Titel auch eine TV-Adaption starten. Und zwar geht es um den Abenteurer Chub, der geht auf Missionen in einem Freizeitpark und kämpft für leckere Snacks. Dann sind wir im August und da startet erstmal das komplette Gegenteil. Und zwar zum einen gibt es wieder eine Adaption von H.P. Lovecraft, dieses Mal die Berge des Wahnsinns von Gotanabe, ein Drama-Horror-Szenen. In zwei Bänden wird der veröffentlicht, zwar in ursprünglich vier Bänder, also man könnte sagen eine 2-in-1-Adaption hier. Ein Band kostet dabei 18 Euro und es geht um die Geschichte einer Polarexpedition in der Antarktis von nahezu epischem Ausmaß und die fesselt mit einer spielfilmartigen Dynamik. Als der Geologe William Dyer und seine Crew die Forschungen an fossilen im ewigen Eis aufnehmen, geraten sie in eine bis dato unbekannte und ebenso unbeschreibliche Welt aus Bergen ungeahnter Höhe und Bewohner nie entdeckter Spezies. Und auch dazu startet im August nochmal ein komplettes Gegenteil und zwar Shiba, ein Hund zum Verlieben. Wie gesagt, es waren noch echt viele Haustier-Manga dabei. Von Mayumi Muruyama, ein Comedy Slice of Life Einzelband für 7 Euro. Und es geht um eine alte Dame, die sich in der Tierhandlung einen süßen kleinen Hund kaufen möchte und sie kommt mit 2 zurück. Denn auch der äußerlich nicht ganz so perfekt geratene Shibaku braucht ein neues, liebevolles Zuhause. Schnell wird klar, dass der junge Shiba Inu ein ganz besonderes Tier ist und er wird zum treuesten Freund in allen Lebenslagen. Dann sind wir auch schon im September angekommen. Zum Abschluss gibt es die neue Serie von Genguru Tagama, dem Autoren von Der Mann meines Bruders. Und zwar Unsere Farben, ein Drama-Szenen, der bisher in zwei Bänden noch läuft, erscheint ebenfalls wieder im Großformat für 10 Euro. Der Autor porträtiert dieses Mal das Heranwachsen eines schwulen Teenagers, der für eine quälende Wahl gestellt wird. Gesteht er seinem Klassenkamerad die Liebe und riskiert wegen seiner Sexualität ausgegrenzt zu werden? Oder verleugnet er seine Gefühle und führt künftig ein Schattenleben? Mut fasst er erst, als er einen älteren Herrn kennenlernt, der für ihn immer mehr zu einem wichtigen Mentor wird. Und das waren sie jetzt auch schon, alle Lizenzen, die das neue Carlsen-Programm zu bieten hat. Auch hier könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Titel euch besonders ansprechen. Ist was für euch dabei? Könnt ihr schon sagen, aus welchem Programm, das ihr jetzt so in der letzten Zeit alles gehört habt? Welches Programm bevorzugt ihr? Wo wollt ihr mit Abstand die meisten Titel mitnehmen? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!